Lasset uns beten. Verehrte Gemeinde, mein Name ist Mark Bellinghaus. Ich bin ein anerkanntes Missbrauchsopfer beider Kirchen, der evangelischen Kirche sowie auch der katholischen. Ich stehe heute vor Ihnen, um gemeinsam für Sie und auch mit Ihnen zu beten. Ich möchte Gutes tun. Durch meine Mission möchte ich einer Kirche helfen, die so viele Fehler begangen hat, dass die Kirchen wahrlich leer sind. Es sind kaum noch Menschen da. Und das ist traurig. Und darum bete ich zu Gott und Jesus Christus. Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, sei an meiner Seite, gib mir die Kraft und bitte gib der Synode allen Synodalen die Gewissheit, dass du, oh Herr, mich vorgesehen hast als den würdigen Nachfolger von Annette Kurschuss. Wir beten für alle Verstorbenen, die wir in unseren Köpfen behalten, die Teil unseres Seins geworden sind. Es ist so schwer, liebe Brüder und Schwestern, wenn man beispielsweise eine geliebte Katze oder einen geliebten Hund verliert. Ich selber habe einen treuen Weggefährten, einen Weimarer namens Monroe, vor vielen Jahren verloren, aber es schmerzt mich noch bis heute. Ich fand nach seinem Tode in der Kirche die Kraft diesen Verlust zu verarbeiten. Ich bin jeden Morgen in die Lamberti-Kirche in Münster gegangen und habe die Frühandacht besucht. Das war für mich eine große Hilfe, liebe Brüder und Schwestern. und ich bin mir sicher, ihr habt schon so viele Menschen und Tiere verloren. Aus dem Grund bete ich, Vater, bitte, lass uns unsere Geliebten Verstorbenen, unsere Großmutter, unseren Vater, unsere Liebsten, ja sogar unsere Tiere, lass sie uns treffen, wenn wir da einschreiten, in die Garten Eden, in das Jenseits. darum bitten wir dich, oh Herr, wir bitten dich, erhöre unser Gebet und bitte, gib den Synodalen die Kraft, das Vermächtnis eines Martin Luther zu ändern und die Hand auszureichen zur katholischen Kirche, wenn nur gemeinsam, wenn beide Kirchen gemeinsam arbeiten gegen Kindesmissbrauch, werden wir dieses Übel auch besiegen können. Ansonsten wird es eine Graue, wenn überhaupt Zukunft geben für die evangelische Kirche Deutschland. Amen. 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 Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns und nimm hinweg unsere Sünden, denn du, oh Herr, bist für uns alle, für alle Menschen am Kreuz gestorben. Darum bitten wir dich heute, oh Herr. Amen. Wir flehen dich an Heilige und Engel aller Kirchen, bitte mach, dass die Wünsche dieser Menschen, die ihre Kerzen hier aufstellten, wahr werden, dass ihre Nöte hinweggehen und dass wir alle, alle einig leben in Friede, dass die Kriege enden und dass wir, wenn wir erfahren, dass wir eine schlimme Krankheit haben, die nicht mehr zu heilen ist, dass wir von dir, oh Herr, Hilfe bekommen und sei es nur in Form von Liebe, Liebe durch einen Nächsten, durch einen Menschen, durch einen Samariter, der einfach mal fragt, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Darum bitten wir dich heute, oh Herr. Amen.